In Ihrem neuen Buch beschreiben Sie das eingangs ja auch so, dass Sie als 18-Jähriger plötzlich an die Front mussten, kanonieren. Sie mussten also auf Russen schießen. Richtig. Und plötzlich, wie Sie zurückkommen, sind die eigenen Eltern von den Russen ermordet worden. Dass sie sich versucht haben, das in irgendeiner Weise zu verarbeiten. Und da ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Dann habe ich nach zwei Monaten meine Frau kennengelernt. Eine Frau, Tochter eines Philosophen und Pädagogen, der aber schon 1933, eigentlich schon 1932, fristlos entlassen wurde, weil er ein aktiver Anti-Nazi war. Und der hat dann mit der Familie zwölf Jahre wirklich in Bedrohung gelebt. Ich habe immer wieder Gestapo im Hause, weil mein Schwiegervater sich genierte, immer wieder das zu sagen, was er glaubte. Und meine Frau hat nun das erlebt. Die war die Lieblingstochter dieses Vaters. Und erlebt, wie dieser Mann dann bei Kriegsende eigentlich kaputt war. Der konnte jetzt nicht kommen und sagen, so, jetzt geht's mal los, sondern der war gebrochen. Wenn der hier in Berlin in der Straßenbahn fuhr und jemand guckte ihn genauer an, stieg er bei der nächsten Haltestelle aus und sagte, die Gestapo ist immer noch an mir dran. Also er hatte richtige Wahnvorstellungen und war sonst im Kopf sehr klar, aber das war so in ihm drin, also dass er sich nicht frei machen konnte von dem, was er in den zwölf Jahren erlebt hatte. Und meine Tochter hat darunter gelitten und hat das innerlich sehr mitgemacht. So, und jetzt trafen wir uns beide, weil mein Schwiegervater damals so mit jungen Leuten, Studenten, so ein privates philosophisches Seminar machte. Und da bin ich mal mit eingeladen gewesen und da haben wir uns kennengelernt. So, und jetzt geht's los. Also, wir haben eigentlich uns, meine Frau und ich, wir sind ja immer noch zusammen, jetzt 64 Jahre, und haben beide in unserem Leid begriffen, dass wir nur eine Chance für unser Leben darin sehen, die Botschaften, die wir von unseren Eltern so im Kopf haben, daraus was zu machen. Also dafür zu kämpfen, dass die Welt anders wird, zumindest in dem Bereich, den wir erreichen. Das fing damit an, dass meine Frau als junge Lehrerin hier in Berlin schwer erziehbare Kinder unterrichtete. Und das war ihre Idee. Gerade diese Kinder, die will sie unterrichten, die vorher ja als männerwertig galten. Und ich habe sie dann, als ich dann meine Ausbildung machte, dann darin unterstützt, dass ich dann zum Teil mit den Eltern dieser Kinder mich beschäftigt habe, um den Kindern zu helfen. Die Zukunft, das heißt, das sind die Kinder. Und wir wollen, dass diese Kinder gleich in eine andere Welt hineinwachsen. Und wir hatten gleich, obwohl wir in dieser Ruine hausten, wir haben also in diesen zweiten Zimmern gehaust, mussten die Wände flicken zusammen mit Hilfe eines Maurers, hatten nur ein Zimmer, das heizbar war, so ein kleiner Steinofen. Und ich konnte, wenn ich den Schlüssel vergessen hatte, über den Schutt dieser Ruine bis in den dritten Stock klettern und dann den Rest unserer Wohnung betreten. So sah das aus. Es war übrigens in Berlin-Hallensee am Kürsten Damm das letzte Ruinenhaus, das stehen geblieben ist, also bis in die 50er Jahre hinein. Ja, und in dieser Ruine hat meine Frau dann die Hefte korrigiert für die Schüler. Und ich habe dann meine ersten Analysen drin gemacht. Meine Doktorarbeit geschrieben und dann medizinisch zu Ende studiert. Damit war ich dann 1949 fertig. Wie weit war denn die Nazimedizin noch präsent in dieser Zeit? Ja, vollständig. Also ich wollte ja Psychiater werden und ich hatte sehr viel Glück. Es gab hier im Wedding ein riesen Kinderkrankenhaus, das war damals das größte in Deutschland. Und darin war angesiedelt eine Beratungs- und Forschungsstelle für seelisch gestörte Kinder und Jugendliche. Und obwohl ich erst 1950, dann 29 Jahre alt war, hat man mich dahin berufen. Und der Chef war ein jüdischer Kinderarzt, doppelt Oberschenkel amputiert, der trotzdem mit einem Stock ging und dieses große Krankenhaus hier im Wedding, das es heute nicht mehr gibt, geleitet hat. Und der hatte an mir Gefallen gefunden und hat dann erreicht, dass ich nicht nur die Stelle bekam als Leiter dieser Beratungsstelle, sondern hat dann erreicht, dass ich auch nicht wieder abgesetzt wurde. Denn es gab hier also hier Prominentere, die das Gefühl hatten, ich bin dazu noch zu jung oder kann noch nicht genug. Aber der hat für mich gekämpft. Und wir beide haben uns wunderbar verstanden. Ich habe ihm häufig dann erzählt, was ich bei den Kindern und den Eltern erlebt habe, an Schicksalen und an Problemen. Und das war für ihn sehr spannend. Und er hat mir dann immer wieder auch Familien geschickt zur Betreuung. Und damit habe ich dann 1952 angefangen. Und ab 1955 habe ich einerseits diese Beratungs- und Forschungsstelle gemacht, hier im Wedding, und andererseits meine Psychiaterausbildung in Charlottenburg bei einem Chef begonnen, der aus einer Nazi-Euthanasie-Klinik kam, wo er Oberarzt war. Und der völlig unverändert an all das glaubte, was er in der Nazi-Psychiatrie gelernt hatte. Also, dass es gar keine seelisch gestörten Menschen gibt, sondern die sind alles Psychopathen. Das ist alles von der Geburt aus festgelegt. Und dann guckte er sich die Rassenmerkmale an. Und er sagte, als ich mich dann, ich wurde dann unbezahlte, zunächst wissenschaftliche Hilfskraft, sagte er, naja, Sie werden dann lauter blonde, lange Menschen bei mir, Kollegen finden. Na ja, also, aber kommen Sie mal, also, er hatte schon von meiner Struktur her, bei einem Körperbau her, den Eindruck, dass ich nicht zu der Elite-Rasse gehöre. Aber ich würde mich ja vielleicht dann zurechtfinden. Nun war ich aber mit Leib und Seele schon, zumindest mit der Seele, voll Psychoanalytiker. Und das war für ihn Gift. Da war das also für mich die Hölle, weil ich ja nicht verschwieg, dass ich eine ganz andere Einstellung zu den Kranken hatte. Und das war also dem Chef, der nur glaubte, dass alles angehören, also angeboren ist und dass vor allem die Kranken dann Disziplinen brauchen und Chemie, das war das seine Vorstellung, während ich mich stundenlang hinsetze, um mit den Patienten zu sprechen. Und das war für ihn ungehörig und sinnlos und so weiter. Und er schikanierte mich und machte mich als Psychoanalytiker vor den anderen Kollegen lächerlich. Das wirkte sich praktisch so aus, dass ich die ersten paar Jahre, obwohl ich Stationsarzt war, bezahlt wurde als wissenschaftliche Hilfskraft und er gab mir keine Assistentenstelle. Ich hatte nur dann das Glück, dass ein Jüngerer, der keine Kinder hatte, der sollte dann die nächste Assistentenstelle bekommen. Und kurz bevor er ernannt wurde, stellte sich heraus, dass der seinen Doktortitel gefälscht hatte. Und das blieb ich übrig. Und so konnte er nicht mehr an mir vorbei. Und so bekam ich dann eine volle Assistentenstelle. Aber wir waren immer im Krach. Und das ging so weiter, dass ich mal ein halbes Jahr die Bibliothek nicht betreten durfte. Und später hat er meine Habitationsschrift drei Jahre ungelesen liegen gelassen, liegen gelassen, auch zur Strafe. Und meine Frau hat das ja alles miterlebt. Ich wollte schon resignieren, gesagt dann, also ich lasse die Wissenschaft und werde Praktiker als Psychotherapeut. Aber es gab dann auch einen Freund von uns, der sagte, nee, Horst, du musst das weitermachen. Du bist für die Universität geschaffen, also halte das mal durch. Meine Habitationsschrift war übrigens Eltern, Kind und Neurose. Also es ist gerade erschienen, jetzt in der 33. Auflage, immer noch Pflichtlektüre der Erziehungswissenschaft. Aber er hat es drei Jahre liegen gelassen damals und nicht angeguckt.